Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video bereiten wir uns intensiv auf die nächste Handelswoche vor. Dieses Video ist vollgepackt mit wichtigen Informationen. Bleib dran, denn das solltest du nicht verpassen. Wir beginnen das Video wie immer mit einem Blick auf einige Grafiken und Makrodaten und sprechen am Anfang jetzt mal über das Thema Sentiment, also die Stimmung am Markt. Und hier ist eine Grafik vom Sentiment Trader. Viele von euch kennen die mittlerweile, aber sie ist jetzt wirklich mit den ganz aktuellsten Auswertungen. Und da sehen wir den Vergleich des sogenannten Smart Money. Sie wisst ja, die Wall Street, also die großen Anleger, bezeichnen sich sehr, sehr gerne als das schlaue Geld und bezeichnen uns, die kleinen Anleger, sehr, sehr gerne als das dumme Geld. Und da muss ich sagen, schaut ihr mal bitte in den unteren Bereich dieser Grafik, wie extrem vor allen Dingen die Zuversicht des kleinen Anlegers hier völlig über sich hinaus schießt. Wir sind jetzt hier auch über wichtigen Tops. Wir sind definitiv hinausgeschossen aus dem Top der Rallye, die wir im März gesehen hatten. Wir sind aber auch hinausgeschossen über das Top, was wir gesehen hatten, als der S&P 500 im oberen Bereich sein All-Time-High gemacht hat. Und das ist jetzt definitiv ein Punkt für mich, wo man auch auf den blauen Grafen hier unten achten muss, nämlich auf die Zuversicht des Smart Money. Und die kollabiert hier aktuell förmlich. Das heißt, ihr seht hier diese Divergenz zwischen dem Smart Money, das immer, immer vorsichtiger wird in der Rallye. Das beginnt die Zuversicht in die aktuelle Rallye zumindest kurzfristig zu verlieren und dem kleinen Anleger, der hier förmlich über sich hinauswächst. Und dazu passend schauen wir uns die aktuelle Sentiments-Umfrage an. Und da sehen wir auch, dass vor allen Dingen in den letzten vier Wochen das bärische Lager massiv verlassen wurde. Hier ist man von 42% der Marktteilnehmer, die bärisch waren, auf aktuell nur noch 36%, die bärisch sind, auf mittlerweile 32%, die den Markt bullisch sind. Ihr seht also das Sentiment, das ist hier durchaus geswitcht in die bullische Richtung. Man muss aber auch dazu sagen, und das sehen wir heute auch gleich in den Charts, dass hier definitiv noch Potenzial besteht, dass das Sentiment noch bullischer wird. Und auch die Indizes, sie haben noch ein bisschen Platz zur Upside, bis wir wirklich an absolut harten Widerständen angekommen sind, wo sich die Rallye dann eben entscheiden muss, was sie sein will, ob sie eine Bärenmarkt-Rallye ist oder ob es der Startschuss war für den neuen und großen Bullenmarkt. Und passend dazu habe ich natürlich auch auf YouTube und in der Telegram-Gruppe dieselbe Umfrage gestartet. Und wir haben auf YouTube 40% der Abstimmenden, die bullisch sind. Wir haben 32%, die dem Markt neutral gegenüberstehen und 29% sind noch bärisch. Insgesamt haben aktuell abgestimmt 280 Leute. Komm definitiv noch dazu mit deiner Stimme, denn ich finde die Umfrage immer sehr, sehr spannend. Und auch in der Telegram-Gruppe wurde ähnlich bullisch abgestimmt. 39% der Telegram-Teilnehmer sind hier bullisch. Aktuell 42% stehen dem Markt neutral gegenüber. Die wissen noch nichts, mit der aktuellen Situation anzufangen. Und nur noch 19% in der Telegram-Gruppe stehen dem Markt aktuell bärisch gegenüber. Wir sehen also, dass vor allen Dingen im Bereich der Privatanleger die Stimmung absolut positiv ist. Aber was treiben eigentlich die großen Marktteilnehmer? Was treiben die Fundmanager und die Hedgefonds? Und hier sehen wir auf den S&P 500 den aktuellen Moneyflow. Wir hatten ja zuletzt gesehen, also den Geldfluss. Wie viele Gelder fließen rein und wie viele Gelder fließen ab. Und da hatten wir gesehen, dass wir vor allen Dingen im oberen Bereich, hier im Blau, bei den Fundmanagern ab Juni durchaus Geldzuflüsse erlebt haben. Die haben die Rallye durchaus mitgetragen, aber wenn wir hier ganz rechts schauen, sehen wir, dass Anfang August dieser Geldfluss stagniert hat und jetzt aktuell sogar rückläufig ist. Und das deckt sich mit der Grafik vom Anfang, dass das sogenannte Smart Money eben hier die Zuversicht in die Rallye verliert. Und im grünen Bereich unten im Grafen, da seht ihr gehebelte Short-Positionen auf den Markt. Und da sehen wir das im Jahresvergleich. Das geht hier zwölf Monate zurück, dass wir hier wirklich auf einem absoluten Höchststand, also hier in diesem Grafen an einem absoluten Tiefstand sind, der Short-Positionen. Da sind jetzt im August aktuell noch keine neuen Short-Positionen hinzugekommen. Wir sehen, dieser Graf stagniert aktuell, aber er ist hier auf sehr, sehr nach wie vor aggressiv geschortetem Niveau. Das zeigt für mich zwei Dinge. Kurzfristig kann sich dieser Graf jetzt hier durchaus bestätigen, dass wir jetzt wirklich in eine Korrektur reinlaufen und vor allen Dingen, dass diese extrem gehebelten Short-Positionen der Hedgefonds durchaus kurzfristig dafür sorgen, dass die Preise nochmal runterkommen. Aber mittelfristig haben wir hier natürlich nach wie vor viel, viel Potenzial, um diese Rallye dann fortzusetzen. Und hier schauen wir uns jetzt die gleiche Grafik an für den Nasdaq 100. Und da sehen wir im rechten Bild vor allen Dingen eine sehr, sehr interessante Diskrepanz aktuell eben zwischen den gehebelten Short-Positionen und den Long-Positionen. Und da, wenn wir zurückblicken in die Vergangenheit, wann immer dieses Gap zu groß wurde, kam es dann eben zur entsprechenden Korrektur am Markt und dieses Gap wurde wieder geschlossen. Und das ist halt auch interessant, weil der Nasdaq muss definitiv der Treiber sein der aktuellen Rallye. Wir schauen uns danach auch noch gleich ein paar interessante Charts an zum Verhältnis zwischen dem S&P 500 und dem Nasdaq. Denn wenn wir uns auf den S&P wieder verlassen als Treiber der Rallye, dann verlassen wir uns im Endeffekt wieder zum größten Teil auf die Energy Stocks. Und die wollen wir im aktuellen Umfeld ja eher nicht stark sehen. Das heißt, wir müssen uns hier auf den Nasdaq konzentrieren, der Nasdaq muss weiter Stärke zeigen. Und da muss man einfach als einen von vielen Indikatoren auf dem Schirm haben, dass wir hier im Nasdaq derzeit durchaus extreme Verhältnisse haben, die in der Regel dann zu einer Korrektur geführt haben. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass definitiv dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen zu einer Grafik, die vor allen Dingen für längerfristige Investoren durchaus interessant sein dürfte. Denn wir sehen aktuell sehr, sehr hohe Zuflüsse. Vor allen Dingen der Insider, die CEOs der Unternehmen, die kaufen aktuell aggressiv Aktien. Und wenn wir hier in dieser Grafik mal zurückblicken vom Sentiment Trader, die ist langfristig, die geht zurück bis 2011. Dann waren wir ausnahmslos, wenn wir hier in diesem Bereich waren, dieses Verhältnisses, wo wir aktuell angekommen sind. Wenn ihr unten im Bereich schaut, da sehen wir derzeit aggressive Zuflüsse der Insider. Und wann immer das der Fall war, waren wir in signifikanten Bereichen, wo die Märkte danach mittel- und langfristig durchaus stark gestiegen sind. Das heißt absolut nicht, dass wir kurzfristig nicht nochmal in eine scharfe Korrektur reinlaufen können. Dieser Graf ist definitiv langfristig zu verstehen. Aber gerade für die, die aktuell dabei sind, sich wirklich ein längerfristiges Depot aufzubauen, sollte diese Grafik durchaus eine gute Unterstützung sein. Wir sprechen über die Earnings der kommenden Woche. Und da sehen wir, dass wir am Ende der Earnings-Season angekommen sind. Aber ich denke, gerade diese Woche hat auch nochmal Potenzial dafür, für sehr, sehr viel Volatilität in den Märkten zu sorgen. Und ich werde euch auch sagen, warum ich der Meinung bin. Denn wir haben am Dienstag Pre-Market die Earnings von Walmart und wir haben am Mittwoch Pre-Market die Earnings von Target. Und das wisst ihr, das sind zwei sehr, sehr wichtige Einzelhändler in den Vereinigten Staaten, die vor allen Dingen das Thema Rezession wieder ins Spiel bringen können. Wir erinnern uns an die letzten Earnings von Walmart. Da wurde Walmart sehr, sehr stark abgestraft und sofort war das Thema Rezession wieder absolut in den Märkten präsent. Und wir müssen uns im Klaren sein, wir laufen jetzt in eine Phase hinein, wo wir eher eine sogenannte News-Wüste haben. Das heißt, die Inflationsdaten sind jetzt raus. Wir werden von der FED nicht wirklich viel hören. Die Highlights sozusagen der Earnings-Season, sie sind jetzt durch. Also bin ich der Meinung, dass wir jetzt die nächsten Wochen wieder diese Themen auf den Tisch präsentiert bekommen, die wir eben in den vergangenen Monaten gespielt haben. Und wenn jetzt die Earnings von Walmart und von Target unter anderem auch im Hinblick auf die Lagerhaltung, auf die Margen und so weiter, wenn das Probleme gibt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Markt nochmal etwas sensitiv darauf reagiert. Außerdem haben wir die Earnings unter anderem von C-Limited. Die Aktie wird morgen im Video mitbearbeitet werden. Am Montag bekommen wir die Zahlen von Weber. Da werden wir sehen, ob die Grillsaison eine gute war. Am Donnerstag dann unter anderem die Zahlen von Applied Materials. Und am Freitag unter anderem dann die Zahlen von Footlocker. Wir kommen zur Auswertung der Earnings-Season und sehen, dass wir noch aktuell 62% der Unternehmen haben, die die Erwartungen schlagen konnten der Wall Street. 2100 Unternehmen konnten die Erwartungen schlagen. 1300 sind daran gescheitert. Und das ist definitiv nur eine durchwachsende Earnings-Season. Denn auch muss man dazu sagen, dass die Erwartungen der Wall Street ja schon sehr, sehr niedrig waren. Und das ist so ein bisschen auch die Sorge, die ich jetzt habe für das nächste Quartal. Denn wir kommen jetzt definitiv in eine Phase, wo es eben nicht reichen wird, die Erwartungen mit Ach und Krach zu schlagen. Sondern wenn der Markt jetzt wirklich die neuen Bewertungen, die jetzt eingepreist sind, rechtfertigen will, dann müssen wir in der nächsten Earnings-Season hier eine deutlich höhere Rate sehen, bei vermutlich auch höheren Erwartungen der Analysten. Und da bin ich sehr gespannt, ob der Markt diese Erwartungen halten kann. Und wenn wir über ein potenziell volatiles drittes Quartal sprechen, dann müssen wir auch über das Thema Midterm Elections sprechen. Ihr wisst ja, zur Halbzeit der Amtszeit des amerikanischen Präsidenten kommt es zu den sogenannten Zwischenwahlen, zu den Midterm Elections. Und die sind historisch und saisonal gesehen, vor allen Dingen in den Monaten August, September und Oktober, extrem volatil. Und wir werden uns auch gleich den Volatilitätsindex anschauen. Und der ist jetzt an einem Bereich, wo er sich eben auch entscheiden muss, ob es nochmal einen Schuss nach oben gibt in der Volatilität, was eben saisonal sehr, sehr gut zusammenpassen würde, was dann in den Märkten für eine Korrektur spricht. Oder ob der Volatilitätsindex jetzt eben dauerhaft und wirklich aggressiv unter die 20 bricht, was dann eben für den Eintritt in den langfristigen Bullenmarkt sprechen würde. Wir kommen zu den Charts und wir beginnen die Reise heute mit einem Blick auf den Volatilitätsindex. Und hier seht ihr eindrucksvoll, was die Rallye im August und im Juli jetzt angestellt hat mit der Volatilität. Sie ist absolut in Grund und Boden gestampft worden. Wir sind jetzt hier auch im Bereich unter 20. Und da hatte ich ja in den letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen. Ein Wichs unter 20, ein langfristiger Wichs unter 20. Der ist ein Indikator dafür, dass wir uns in einem langfristigen und vor allen Dingen von der FED unterstützten, also von lockerer Geldpolitik unterstützten Bullenmarkt befinden. Und genau an diesem Scheideweg stehen die Märkte jetzt. Sie müssen sich hier entscheiden. Der S&P 500 steht an absolut kritischen Widerständen. Schauen wir uns gleich an. Auch der Nasdaq ist an einem absoluten Scheideweg derzeit. Und auch der Wichs ist natürlich hier an einem absoluten Scheideweg. Denn brechen wir jetzt hier wirklich vor allen Dingen unter die Tiefs aus dem März, brechen wir unter die 18,5, bekommen dann vielleicht nochmal einen kleinen Rücksetzer in den Aktienmärkten, die den Wichs hier nochmal auf 20 drückt. Und sehen wir aber, der Wichs, er geht nicht mehr über 20 raus. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, wirklich den neuen Bullenmarkt auszurufen. Und dann ist auch der Zeitpunkt gekommen, wirklich aggressiv jeden Dip zu kaufen und wirklich auch sich aggressiv long zu positionieren. Aber wir müssen hier auf dem Schirm haben, dass wir jetzt eben in die saisonale Phase gehen, der hohen Volatilität. Wir sehen hier im Hintergrund die Bollinger Bänder im Tageschart beim Wichs. Sie sind absolut ausgereizt und das spricht für mich hier einfach durchaus, dass wir jetzt in den nächsten Wochen auch nochmal in eine Phase der steigenden Volatilität übergehen. Wir müssen es beobachten, die Märkte, sie müssen hier eine Entscheidung treffen. Absolut noch kein Short-Signal in den Indizes, das schauen wir uns auch gleich an. Dazu müsste der Trendbruch passieren. Aber es liegt hier definitiv für mich auf der Hand, dass wir jetzt hier potenziell in eine Phase der steigenden Volatilität gehen. Wir beobachten es natürlich jeden Tag auf dem Kanal. Und wenn der Wichs uns hier zeigt, dass er nochmal steigen sollte und hier seinen Top findet, dann wäre auch das der Zeitpunkt für aggressive neue Long-Einstiege im Aktienmarkt. Wir kommen zum S&P 500 hier im Tageschart. Und hier schauen wir uns mal einige Details an, die jetzt sehr, sehr wichtig sind. Und zwar ist hier dieses Thema Scheideweg wieder absolut ins Gespräch zu bringen. Ihr seht hier übergeordnet diesen wichtigen Abwärtstrend im S&P 500. All-Time-High, Top der März-Rallye. Und aktuell rennt der Markt hier wirklich, man muss sagen, er rennt hier mit Volldampf in diesen Widerstand. Wir sind jetzt auch angekommen, wenn wir zurückschauen, hier an einem sehr, sehr wichtigen horizontalen Widerstand. Wir hatten hier im Oktober 2021 massiven Support gefunden, bis wir dann hier zum All-Time-High gegangen sind. Und aktuell sind wir jetzt hier exakt an dieser Schwelle wieder angekommen. Wenn wir auf die Indikatoren schauen, dann müssen wir registrieren, dass der RSI im Tageschart überkauft ist. Und das ist für mich definitiv ein Signal hier, keine frischen Long-Positionen einzugehen. Wir haben übergeordnet, wir sehen hier noch keine Erschöpfung der Käufer. Das kann man absolut noch nicht sagen. Aber man kann sagen, wenn der Markt jetzt hier in diesem Bereich, in dem wir aktuell sind, zum Stehen kommt und dreht, dann sprechen wir von einer bärischen Divergenz. Denn wir haben deutlich höhere Kurse, aber aktuell definitiv absteigendes Momentum. Das heißt, was wir jetzt hier brauchen, und das ist so bezeichnend, wir brauchen hier einen massiven Ausbruch. Wir brauchen einen Katalysator, also einen Grund, hier massiv auszubrechen. Und dann brauchen wir hier nochmal einen massiven Ausbruch. Wir müssen den RSI, das aktuelle Momentum nutzen, um hier wirklich exponentiell auszubrechen, wirklich parabolisch rauszugehen, weil wir brauchen dann viel Downside-Potenzial für eine potenzielle Korrektur. Und das muss sich einfach jeder fragen, der jetzt aktuell hier investiert ist im Markt. Wir haben jetzt hier den SMA 200, also die klassische 200-Tageslinie. Wir sind angekommen am 61er Fibonacci aus dieser gesamten Bewegung. Da sind wir sogar schon knapp drüber, sind jetzt hier schon in der Nähe des 65er Fibonaccis. Wir haben einen überkauften Indikator und wir sind hier ganz nah am übergeordneten Abwärtstrend. Das heißt für mich, der Markt hat hier definitiv noch Luft, der S&P 500. Wir messen das sogar hier mal kurz ab. Wir haben hier noch knapp 1-2%. Das heißt, der Markt muss sich jetzt hier wirklich in den nächsten Tagen entscheiden, was er möchte. Brechen wir jetzt hier wirklich aggressiv zur Upside aus. Das wäre dann für mich auch definitiv ein massives Kaufsignal, beziehungsweise dann eben der angesprochene Backtest. Und ich gehe dann auch davon aus, dass neue All-Time-Heis wirklich nur noch eine Frage der Zeit sind, weil dann müssen diese großen gehebelten Short-Positionen eingedeckt werden. Oder prallen wir hier wirklich ab und gehen nochmal in eine Korrektur. Die schauen wir uns dann natürlich entsprechend an, auf welche Levels die gehen. Was ich euch hier mit den Pfeilen nochmal vermerkt habe, dazu zoomen wir nochmal ein bisschen genauer rein. Wir haben natürlich im Rahmen dieser impulsiven Rallye zur Upside einige Gaps geöffnet. Hier natürlich zuletzt am 9. August auf den 10. August. Massives Gap im S&P 500, auch innerhalb der Take-Profit-Zone, überhalb der wichtigen Moving Averages. Das heißt, das hier wäre definitiv eine milde Korrektur. Wenn wir jetzt zurückkommen in den Bereich um die 4.100 Punkte, potenziell natürlich auch 4.000 Punkte. Aber wir haben auch hier im Umfeld der Tiefstände im Juni natürlich einige Gaps geöffnet. Hier zum einen das Gap am 14. Juli, auf den 15. Juli hier markiert. Aber auch am absoluten Tief des Marktes, am 17. Juni, haben wir am nächsten Tag ein Gap nach oben geöffnet. Das heißt, haben wir das definitiv auf dem Schirm. Und seid euch bitte auch bewusst, dass uns diese geile Rallye, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, hier jetzt aktuell in überkauften Umfeld an massive Widerstände gebracht hat. Wir kommen zum Nasdaq 100 und ich habe jetzt hier mal den gleichen Chart aufbereitet, wie wir uns gerade eben angeschaut haben im S&P 500. Tageschart, eben diesen übergeordneten Abwärtstrend, die letzte Golden Zone. Und hier ist es auch extrem interessant, wo sich der Nasdaq aktuell befindet. Denn man muss hier sagen, wir sind aktuell ausgebrochen aus dem übergeordneten Abwärtstrend. Das ist auch nicht unbedingt überraschend, denn wir sehen, dass vor allen Dingen im Umfeld größerer Korrekturen Tech zuerst Stärke zeigt und auch zuerst massiv aufgesammelt wird. Dazu hatten wir auf dem Kanal schon einige Grafiken. Ich werde sie die Woche auch nochmal mit ins Video bringen. Und deswegen ist es nicht überraschend, dass Tech hier im Vergleich zum S&P 500 Stärke zeigt. Und das muss, das muss man auch betonen, das muss auch so weitergehen, damit der S&P 500 hier die Chance hat, vom Nasdaq buchstäblich aus dem Downtrend hinausgerissen zu werden. Das heißt, der Nasdaq, er muss hier weiter durchziehen, absolut. Das Potenzial dafür, das hat er hier, das muss man auch ganz offen so sagen. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall noch Potenzial zur Upside bis in den Bereich circa von 13.800 Punkten. Das muss man ganz klar so sehen. Wir sind jetzt aktuell hier aus der letzten Handelswoche rausgegangen mit einer Bullischen Engulfing-Kerze. Der Nasdaq ist auch noch nicht überkauft im Tagesbereich. Das muss man auch dazu sagen. Das heißt, hier ist jetzt definitiv noch Potenzial da, dass der Nasdaq hier noch einige Prozente nach oben schießen kann. Wir haben jetzt hier auch dann die klassische 200-Tageslinie, aber da müssen wir drauf achten, denn die hat wirklich die Rallye im März hier abrupt zum Stehen gebracht. Also die 200-Tageslinie im Nasdaq, die verläuft aktuell bezeichnenderweise bei exakt 14.000 Punkte. Das ist sozusagen mein aktuelles Limit, was ich beim Nasdaq noch auf dem Schirm habe für die momentane Rallye. Dann wäre auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der RSI überkauft, denn wir haben hier dann im Nasdaq aktuell noch Upside-Potenzial von ca. 3,5% bis es wirklich zum absoluten Showdown kommt. Und das muss man auch ehrlich sagen, das wäre hier oben die perfekte Bullenfalle, denn dann hätten wir dem Markt wirklich suggeriert, wir brechen hier massiv aus aus dem Downtrend. Wir brechen dann sogar aus der wichtigen letzten Golden Zone. Hier oben müsste sich dann der Markt entscheiden, ob wir wirklich auch aus der 200-Tageslinie ausbrechen, massiv ausbrechen. Falls das klappt, hätte ich hier die 15.200 auf dem Schirm, aber auch im Nasdaq kurz- und mittelfristig vermutlich neue All-Time-Heis, denn dann würde so viel FOMO in den Markt hineinströmen und auch die großen Short-Positionen müssten hier aufgelöst werden, dass ich davon ausgehe, dass wir dann wirklich einen extremen Short-Squiz sehen würden. Aber aktuell müssen wir noch darauf achten. Wir müssen hier ausbrechen aus der 200-Tageslinie, ich hatte es euch gerade gezeigt, und vor allen Dingen natürlich auch aus dem wichtigen psychologischen Level bei 14.000. Zur Downside haben wir aber auch Bitte auf dem Schirm, dass die Rallye im Nasdaq natürlich auch sehr, sehr impulsiv war und wir einige Gaps geöffnet haben. Die Gaps hier im Bereich von 13.000 bis 13.300, aber auch die, die wir am Anfang der Rallye geöffnet haben und auch ähnlich wie im S&P 500 hat der Nasdaq hier in der Nähe der Tiefs auch noch ein offenes Gap zu bieten. Da müssen wir den Blick drauf haben, der Trigger zur Downside im Nasdaq und dann für mich auch der Trigger für eine größere Korrektur am Gesamtmarkt. Das wäre hier ganz klar, wenn der Nasdaq im weiteren Verlauf es nicht schafft, die 13.000 Punkte zu halten und diesen ausgebrochenen Downtrend zu halten. Dann rechne ich mit einer schärferen Korrektur und das werden wir uns natürlich, wie sich der Nasdaq hier in den folgenden Tagen verhält, im Detail auf dem Kanal anschauen. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass definitiv dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen zu einem Chart, den ich sehr, sehr interessant finde, den ich bislang noch nicht auf dem Kanal dabei hatte, aber wir jetzt in Zukunft definitiv hier mehr darauf achten werden. Wir schauen uns hier mal das Verhältnis an zwischen dem Nasdaq und dem S&P 500 und wir sehen, wenn der Gesamtmarkt eher in einer Korrekturphase ist, wie wir es jetzt die letzten sieben Monate hatten, dann fällt dieses Ratio, dann performt der S&P 500 sozusagen den Nasdaq aus. Das heißt im Umkehrschluss, der Nasdaq fällt härter als der S&P 500 und wir sehen, wenn der Gesamtmarkt eher in einer Aufwärtsbewegung ist, dann ist das in der Regel Tech-getrieben und aktuell sehen wir hier, dass der Nasdaq 100 den S&P 500 deutlich ausperformt. Wir sind hier auch in einem relativ schönen Trendkanal angekommen. Wir sehen hier wirklich eine wunderschöne Bewegung aktuell und das ist auch natürlich die Rallye. Wir haben hier am Mai sogar den Tiefpunkt gesehen von diesem Verhältnis-Chart. Seitdem performt der Nasdaq 100 den S&P 500 aus, aber wir sehen, dass wir jetzt hier auch angekommen sind im Bereich wichtiger Widerstandszone, nämlich der Golden Zone. Die obere ist die seit dem Top bis zum Tief und wir sehen hier eindeutig Reaktionen im Kurs und darauf müssen wir jetzt achten. Wenn dieses Verhältnis jetzt doch abkorrigieren sollte und fällt, dann spricht das dafür, dass der Gesamtmarkt in eine größere Korrektur geht und natürlich, ich habe es euch gerade auch gezeigt im Nasdaq-Chart, wenn dieses Ratio hier weiter steigt und vor allen Dingen hier potenziell wirklich ausbrechen kann und in den höheren Bereich dieser übergeordneten Golden Zone reingehen kann, potenziell hier auch ans Top der März-Rallye, denn da sind wir im Verhältnis zwischen Nasdaq und S&P noch nicht angekommen, dann spricht es auch kurzfristig noch für ein Fortsetzen der Rallye. Als nächstes schauen wir uns einen Chart an, den ich sehr interessant finde, das ist der sogenannte FANG-Index. Hier sind die FANG-Aktien drin, ihr kennt sie, Amazon, Apple, Facebook und so weiter, Google, die großen Tech-Player am Markt und hier seht ihr, wie parabolisch, das ist der Wochenchart, wie parabolisch der gestiegen ist seit den Tiefständen im Juni. Wir haben hier einen FANG-Index, 28% in 56 Tagen und darauf müssen wir jetzt achten. Wir sind jetzt hier angekommen seit den Hochs der März-Rallye, auch an wichtigen Widerständen, auch das ist ein Chart, den wir in den nächsten Tagen beobachtet werden. Ich habe hier Preissalarme drauf, die mir dann den großen Ausbruch der FANG-Stocks signalisieren würden, das heißt, falls wir hier wirklich rausgehen können aus dem 61er Fibonacci, dann halte ich es definitiv für möglich, dass die großen Tech-Player die Rallye eben weiterspielen. Wir haben das jetzt gut eingekesselt, auf was es ankommt, wer die Rallye tragen muss. Es ist der Nasdaq und es sind vor allen Dingen hier die großen Tech-Player und deswegen müssen wir auch vor allen Dingen hier diesen FANG-Index auf dem Schirm haben. Als nächstes werfen wir einen Blick auf den Chart, der die Party an den Aktienmärkten potenziell sprengen könnte. Denn wir schauen uns hier den Öl-Chart an und der ist meines Erachtens hier aktuell im Bereich einer Bullenfahne unterwegs. Wir schauen hier die Base an, die wir gesehen hatten bei ca. 61 bis 62 Dollar. Hier hat sich der Markt wirklich dreimal wunderschönen Support gesucht, bis wir dann in die allseits bekannte massive Übertreibungsphase nach oben gegangen sind. Und jetzt sehen wir hier, dass die Up-Korrektur stattgefunden hat. Wir sind hier im Abwärtstrend in dieser Bullenfahne, in diesem Trendkanal gewesen, die wir jetzt vorgestern bullisch verlassen konnten, die Zone. Wir haben sie auch am Freitag als Supportback getestet, aber der Ölpreis, er hat hier massiven Widerstand über sich. Die 200-Tageslinie und die 20-Tageslinie, wo wir jetzt vor kurzem den sogenannten Deathcross gesehen haben. Das spricht dafür, dass wir hier weitere Abverkäufe zu erwarten haben im Ölpreis, aber wir müssen definitiv auch zur Upside vorsichtig sein. Denn wenn sich das hier wirklich als Ausbruch bestätigt aus dem Kontertrend, dann kann der Markt sich hier wieder long positionieren. Die aktuellen Short, beziehungsweise die aktuellen Stops, die man setzen müsste, wären hier definitiv unter den lokalen Tiefs bei ca. 86 Dollar. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wenn wir hier mal durchgebrochen sind, dass der Ölpreis dann weiter kollabieren wird und in den Bereich 75 bis sogar 69 Dollar fallen kann. Aber aktuell müssen wir hier die Augen drauf haben. Auch ein weiterer Backtest von diesem Support, ein Doppelboden auf diesem Bereich. Das wäre ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Deswegen, wir müssen den Ölpreis weiter auf dem Schirm haben. Wir müssen ihn auch beobachten auf dem Kanal, definitiv. Denn die potenziellen Targets, falls Öl hier nochmal durchziehen würde, das wäre definitiv wieder deutlich über 100 Dollar. Und ich denke, wir können uns vorstellen, was das wieder für einen Druck auch auf die Aktienmärkte und vor allen Dingen auch potenziell auf den Inflationsdruck ausüben würde. Wir kommen zum Bitcoin im 4-Stunden-Chart, denn der hat ja am Wochenende auch geöffnet. Und deswegen schauen wir uns hier wirklich die aktuelle Situation im Detail an. Und wir sehen hier durchaus eine interessante Entwicklung. Der Bitcoin, er köchelt hier vor sich hin auf sehr, sehr hohem Niveau. Wir sind jetzt hier bei 24.500. Das Tageshoch waren 25.050 US-Dollar. Und damit definitiv ein neues Verlaufshoch und auch das Signal, dass der Bitcoin hier in der Lage ist, auch im ganz kurzen Zeitfenster durchaus nochmal neue Hochs zu generieren. Was wir hier aber sehen müssen, definitiv müssen, wir müssen hier aus diesen 25.000 Dollar ausbrechen. Denn unser Ziel für diese aktuelle Rallye ist definitiv der Bereich hier, wenn wir nach links schauen, diese gesamte Down-Kaskade, die kann hier ausgekontert werden. Das heißt, der Bitcoin, er kann hier ohne weiteres in den Bereich der 28.000 Punkte wieder vordringen. Aber dafür dürfen wir jetzt hier auf dem aktuellen Niveau nicht zu viel, man sagt, Kaufkraft verschwenden. Die Käufer, sie müssen sich hier leichter tun, durch diese Widerstände durchzubrechen. Das ist hier der letzte große Widerstand, sozusagen der letzte Griff, an dem sich die Bären hier noch festhalten können im Markt. Wenn der Deckel fliegt, dann fliegt der Bitcoin und zwar eben Richtung 28.500. Aber genauso gefährlich ist diese Situation jetzt hier auch. Denn wenn der Bitcoin jetzt hier abprallt und im 4-Stunden-Chart, ich sage jetzt mal den 50er, 100er, wenn diese Moving Averages mal gebrochen sind, wenn der Bitcoin hier vor allen Dingen auch wieder unter die 24.000 fällt, dann ist die Frage, wie lange sich der Markt diese Situation hier noch anschauen wird. Denn es scheint dann irgendwo klar zu sein, dass über 25.000 derzeit den Käufern die Kraft ausgeht. Und in der Regel muss, was nicht steigen will, dann einfach nochmal fallen. Und dann müsste es zu einer tieferen Korrektur kommen. Das heißt, habt die Augen, wer hier aktuell long positioniert ist, definitiv auf dem Bereich bei 24.000. Ab da sollten die ersten gelben Alarmglocken läuten. Und spätestens hier bei 22.500. Wir sind jetzt hier auch im Bereich des Kreuz-Supports. Hier kommt jetzt der langfristige Aufwärtstrend hier ins Bild. Kreuz-Support aktuell sehr schöne Situation. Aber umso gefährlicher, falls potenziell hier die 22.500 nochmal brechen, dann ist für mich klar, dass sich der Bitcoin hier nochmal das Hoch von 2017 anschauen wird, bei circa 20.000 Punkte. Wenn wir das Level von 24.000 Punkten hier jetzt halten können, wirklich bestätigen können als Support, sind Kurse von 25.000, 26.000 und auch 28.000 für mich nur eine Frage der Zeit. Wir kommen zu meinem Fazit der aktuellen Marktsituation. Und da muss ich sagen, dass für mich das Chance-Risiko-Verhältnis aktuell für frische Long-Positionen nicht gegeben ist. Ich denke, ich habe es euch auch gerade eindrucksvoll gezeigt in dieser Analyse, dass für mich jetzt eher der Zeitpunkt gekommen ist, gewisse Gewinne mitzunehmen und auf eine potenzielle Korrektur zu spekulieren. Das ist natürlich eine Spekulation, denn ich habe euch auch das Szenario gezeigt, was durchaus passieren kann, wenn die Indizes jetzt hier massiv ausbrechen. Dann müsste man natürlich die Situation neu bewerten. Aber ich kann auf jeden Fall jedem, der aktuell das Gefühl hat, den Markt verpasst zu haben, nur den Rat geben, keine FOMO zu haben, sondern mach dir lieber eine Watchlist. Hab die Titel parat, die jetzt zuletzt sehr, sehr gut gelaufen sind. Denn wenn die natürlich nochmal zurücksetzen, sind das für mich definitiv heiße Kaufkandidaten. Ich bedanke mich vielmals, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du nämlich die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10xTrading. Das ist nicht nur der beste Weg, wie du den Kanal unterstützen kannst, sondern du bekommst auch Zugang zum Premium-Bereich im Discord, wo ich regelmäßig Chart-Analysen und Trade-Setups poste und wo du mich auch ganz individuell fragen kannst nach einer Analyse für eine Aktie, die dich interessiert. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.